Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Cyberpunk 2077. Wir machen einfach direkt weiter, wir haben gerade den Anführer von Panems Nomadengruppe befreit. Hallo, weiter. Schade, dass ich nicht durch diesen Sandsturm fahren darf. Wir haben sowieso gute Gründe, nicht gleich ins Lager zurückzukehren. Wir müssen nicht auf Nummer sicher gehen. Kostet nur Zeit. Lieber später und lebendig als tot. Die haben jetzt nichts mehr zu sagen und ich soll jetzt nicht... Wir können das skippen, klar, aber... Wie... Wir haben den gerade befreit, die reden drei Worte miteinander und jetzt soll ich hier hinten sitzen, kann nichts sehen und warten, bis wir da sind. Alles klar, wir skippen. Die Stimme von Saul ist, glaube ich, die gleiche Stimme wie von dem Herr der Ringe-Typ, der... Im ersten Teil stirbt, von den Gefährten. Fällt der Name nicht ein. Boromir, Boromir. Das müsste die gleiche Stimme sein wie von Boromir. Hilfe! Ich muss mal durchatmen. Hält? Der Unabhängigkeitskampf der O'Neills Station oder Station. Die Europäische Weltraumagentur, European Space Agency, ESA, wurde ursprünglich mit vermeintlich selbstlosen Zielen gegründet. Wir öffnen die Tür zum Universum, das Sonnensystem, ein Zuhause für uns alle und so weiter. Doch nach nicht allzu langer Zeit wurde offensichtlich, was sich hinter diesen Phrasen versteckte, Kolonialambitionen hinter einer ideologischen Pappfassade. Wir, die Arbeiter und ersten Bewohner von O'Neill 1, haben dies aus erster Reihe miterlebt. Die ESA schickte uns mit großen Versprechen auf ein neues Leben und eine bessere Zukunft in den Weltraum. Stattdessen erwarteten uns extreme Freiheitsbeschränkungen und härteste Knochenarbeit unter äußerst gefährlichen Bedingungen. Wir hätten alles gegeben, hätten diese Behandlung ertragen für das Wohl der Allgemeinheit, wenn man uns doch bloß wie menschliche Wesen behandelt, uns über Entscheidungen informiert und auf unsere Säugen und Bitten gehört hätte. Aber die ESA ignorierte uns völlig. Die Folgen waren unvermeidlich. Nach der Fertigstellung der Station im Jahr 2022 war unsere Lage kritisch. Die Stationsleitung zwang uns, an sieben Tagen die Woche jeweils 18 Stunden zu arbeiten. 18 Stunden? What the? Und zwar uns alle unabhängig von Alter und Gesundheitszustand. Auf unsere friedlichen Proteste wurden mit unverhältnismäßiger Gewalt reagiert, wobei auch Taser eingesetzt wurden. Man dachte, dass dies unseren Widerstand brechen würde, so wie es unzählige Male auf der Erde gelungen war. Der Unterschied ist, dass man auf eine Raumstation nicht so leicht Verstärkung anfordern kann. Auf 40 Arbeiter kam gerade mal eine Wache und ein Taser hat bloß 15 Ladungen. Die Verwaltung der ESA hatte sich selbst ins Knie geschossen. Der Konflikt war an 0, nichts vorbei. Nur sieben Stunden später erklärten O'Neill 1 und O'Neill 2 ihre Unabhängigkeit und wurden zu den ersten Staaten, die der Mensch abseits des Planeten Erde gründete. Wie geil. Da gibt es dann also mal eine Fortsetzung auf diesen Stationen oder was? Ein bisschen Strom wäre gut. Hilfst du mir suchen, wie? Ich fange hier drin an. Ja genau, ich gehe raus. Gute Idee, danke. Viel nützliches Zeug. Die Ingolts mussten schnell fliehen. Angebot von neuer Techniker war gut. Ja, bestimmt. Verkauft euer Land oder... Das weißt du nicht. Schmuggel. Wer Waren transportieren will, braucht gute Kontakte. Ohne könnt ihr eure Geschäftsidee gleich wieder aufgeben. Wen müsst ihr bestechen? Zollbeamte, Wachen oder die Leute an den Tank stellen? Und vergesst nicht die Motels. Habt ihr euch um alles gekümmert, könnt ihr einfach auf- und abtauchen, wie ihr wollt. Haltet die Mitwisser bei Laune und sie halten dicht. Ihr könnt sogar eine Vereinbarung mit den Leuten von Orbital Air schließen. Natürlich nur, wenn eure Fracht ins Urbit soll. Erinnert ihr euch an die Kisten mit Saatgut letztes Jahr? Das war nur möglich, weil meine Jungs beim OA-Zoll oder OA-Zoll für 15 Sekunden in die andere Richtung geschaut haben. Gebt euch nicht mit billiger Ausrüstung zufrieden. Zollbeamte sind nicht blöd. Standard-Signalstörer entdecken die sofort. Außerdem gibt es kein Modell, das sie nicht deaktivieren können. Verwendet stattdessen verbesserte Störer, die hyperlokal funktionieren. Und zwar genau da, wo eure Wache versteckt ist. Sichert eure Pakete mit einem EIS. Am besten einem von uns. Der Familie könnt ihr vertrauen. Benutzt eure Fantasie. Wisst ihr, wie ich einmal haufenweise Drogen nach SoCal geschafft habe? Ich hab den richtigen Leuten Schweigegeld bezahlt und mich einfach an einen All-Foods-Convoi gehängt. Keiner von denen hat auch nur geahnt, dass ein paar ihre eigenen Container voller Stoff waren. Ah, das haben wir schon mal gelesen. Wird aber auch Zeit. Verdammt, ich muss mal kurz meine Heizung abdrehen. Da drin ist viel zu warm. Ich muss mein Headset dafür absetzen. Damit ihr nicht weiterredet, mach ich mal kurz das. Moment. So, jetzt muss ich mein Headset nur wieder aufsetzen und dann geht's weiter. Ist das nicht immer das Allerbeste, wenn der Pakete irgendwas zwischendrin macht. Während der Aufnahme beste Leben, also beste Leben. So. Zurück. Verdammt. Es wird kalt. Hab versucht die Heizung anzuwerfen. Ging aber nicht. Kannst du mal checken? Vielleicht schaffst du's ja. Weißt du was? Guck mal nach der Sicherung draußen. Vielleicht wackelt die. Genau. Wenn ja, drück sie einfach wieder rein. Dann schmeiß ich das Ding hier an. Sonst noch was? Eure Hoheit? Ich denk drüber nach. Aber wenn Saul hier friert, war's das mit euch. unserer Freundschaft. Alles klar. Warum muss der aber auch halb nackt drum rennen? Hauptsache ich geh wieder in den Schneesturm. Ach, warum würd ich mal Schneesturm sagen? In den... Sandsturm. So gefährlich sieht's doch gar nicht aus. Scheint aber irgendwie wie nicht so sehr zu gefallen. Vielleicht sollten wir noch Decken für ihn suchen. Gibt es auf? Rein mit dir. Verdammt nochmal. Rein mit dir. Siehst du was ich sehe? Mindestens haltbar. Bis vor dem letzten Krieg. Aber hoffentlich noch kein Gift. Ist wohl unser Glückstag. Glückstag? Interessante Wortwahl. Kommt gleich wieder ein Vortrag? Hallo, ich möchte mich auch hinsetzen. Dich ruhig hin. Das könnte Stunden dauern. Nein, kein Vortrag. Aber wir sollten eiden. Ganze Scheiß mit den Raves. Hätte nicht passieren dürfen. Die wollten alles. Lagerstandort, Routen, Verladepunkte. Wüssten die, in welchem Zustand wir uns befinden? Ein, zwei Überfälle. Und das wär's für uns. Und hättet ihr mich da nicht rausgeholt, wär das mein Ende gewesen. Komm, nicht jetzt. Ihr seid beide müde. Vielleicht hast du recht. Wir können die Ruffen nicht allein bezwingen. Also willst du unseren Biotechniker verscherbeln? Sag ihm, dass das ne Scheißidee ist! Ich seh das wie Panam. Klingt nach ner richtigen Scheißidee. Danke. Was weißt du schon über all das? Erinnerst du dich an die Backers? Vage. Genau. Wurden Teil der Snake Nation und Puff. Weg waren sie. Die Stärke der Alte Kaldos lag immer in ihrer Unabhängigkeit. Gibst du sie auf, endet dein Clan wie meiner. Oder schlimmer. Denn Biotechniker ist nicht die Snake Nation. Danke, V. Besser hätte ich's nicht sagen können. Klar gab's hier unter Streit. Sicher, wie in jeder Familie. Sollten wir nicht wieder ausgraben? Binde ich auch. Und wenn du wieder zurückkommen willst, würden wir dich mit offenen Armen empfangen. Aber manche Dinge müssen sich auch ändern. Das heißt kein Vordrängeln mehr. Geht das wieder los? Weißt du was, Kleiner? Später können wir uns immer noch gegenseitig an die Gurgel gehen. Das hoffe ich doch. Aber jetzt würde ich mich echt gern ausruhen. Soll ich helfen? Habuub, oder was? Was war das denn gerade? Auf Habuubs! Auf Habuubs! Auf Habuubs! Mann, das Zeug ist echt hart. Lustig. Was denn? Ich schlafe selten unter Dächern. Und trotzdem ist es mit dir schon das zweite Mal. Wenn man Tag und Nacht auf der Straße ist und der Hintern langsam mit dem Sitz verschmilzt, vergisst man, wie das ist. Sehe ich ähnlich. Hab mich immer noch nicht daran gewöhnt. Oder? Daraus könnte man ein nettes Motel machen, oder? Kleiner Kamin, genug Suff. Fehlt nur der schlecht gelaunte Typ am Empfang. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Es ist alles perfekt. Wie schmeckt der Whisky? Rund und leicht metallisch im Abgang. Kräftig, aber weich. Vier von fünf Sternen. Ohne Schuhe wäre es bestimmt angenehmer, werte Dame. Nach so einem Tag? Ich glaube, wir würden alle ersticken. Ach was. Gerade nach so einem Tag verdienst du etwas Entspannung. Ach ja? Was schwebt dir denn vor? Ich hätte da eine Idee. Du weißt schon, was ich meine. B. Nein. Es ist gerade gut, so wie es ist. Vermasseln wir es nicht, okay? Das tut mir leid. Weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Ist schon okay. Echt. Mach dir keine Gedanken. Okay. Also, Freunde? Wie. Ich bin froh, dass du da bist. Danke. Das bedeutet mir viel. Weißt du das? Nein. Mhm. Der Wind hat nachgelassen. Weiß nicht, wie das bei Haboops ist. Aber wenn ein Schiluk durch die Prärie saust, mache ich immer kein Auge zu. Nicht mal kurz. Im Namen der Mitarbeiter des Independent California Motels wünsche ich Ihnen süße Träume. Wir haben wohl direkt im Sitzen geschlafen, oder wie? 140 Gebäude beschädigt worden. 250 Personen wurden vernetzt, und 70 werden noch vernetzt. Wenn ihr heute dieses Radio-Programm hört, könnt ihr euch glücklich schätzen. Trudel aus. Riders on the Storm. Ein Dreifachbett hab ich ja noch gar nicht gesehen. Krass. Wo ist sie denn? Hey, du lebst ja noch. Hey, hast du gut geschlafen? Gute Arbeit, wie? Bei Saul alles okay? Riss im Schädel, sechs gebrochene Rippen, Nieren verletzt. Aber er kommandiert schon wieder alle rum. Und du? Mittelmäßig. Rücken ist irgendwie taub. Ich geh zum Ripper-Doc, wenn ich wieder in der Stadt bin. Paar Federn auswechseln. Also, ich hab wie ein Baby geschlafen. Gemütliche Schulter hast du da. Echt schade, dass ich gleich los muss. Du solltest bleiben. Das ist dir auch klar, oder? Keiner von denen würde es zugeben. Aber sie brauchen dich. Natürlich tun sie das. Komm. Schöner Sonnenaufgang. Gestern Abend. Ein Gespräch mit Saul. Danke für die Rückendeckung. Doch eins noch. Die Wraves. Der Überfall. Das war nur der Anfang. Wir müssen uns drauf vorbereiten. Saul kümmert sich ums Lager. Und ich... Und du? Die Ruffen wollten unsere Routen, stimmt's? Jetzt sind die Aldekaldos dran. Ich werd Informationen sammeln. Eins noch. Deine Belohnung. Behandle sie gut. Hat mich lange begleitet. Overwatch. Power-Scharfschützengewehr. Sie ist in guten Händen, Panam. Ich weiß. Ist das mit meinem Motorrad, oder? Pass auf dich auf. Du auch, Panam. Und denk dran. Ich schulde dir was. Was gut. Äh. Begib dich zum Mega-Gebäude. H8. Automatic Love. Ist das doch nicht unser Motorrad, oder? Versteh ich grad nicht so richtig. Was, was, hä? Ist das unser Geschenk, oder? Apolloskopien. Jackie Arch. Hm. Hä? Wer ist denn Teddy? Hä? Hier sind doch nur zwei Leute. Und der eine ist doch Cassidy. Weißt du, warum ich lese? Weil es nur in Fiktion möglich ist, in dieser Welt einen Sinn zu erkennen. Wie fühlst du dich? Frei. Das beste Gefühl der Welt. Habt ihr das Kriegsball mit Panam begraben? Das war wohl eher eine Spalt-Axt. Und sowas lässt sich nur schwer begraben. Und oft bleibt sie dann nicht lange in der Erde. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich. Sie hat das Herz am rechten Fleck. Ich sollte dann mal los. Ja. Das sollten wir auch. Erst wenn der Kühler sich beruhigt hat. Danke, Vi. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Kein Stress. Mach's gut. Gut, ich fahre jetzt trotzdem mal mit dem Motorrad. Auch wenn ich nicht so richtig kapiere, ob das jetzt meins ist oder... Ist halt auch vollgepackt mit irgendwelchen Sachen, die... Also... Stauraum halt. Was ist denn das? Mit dem Visier. Ach, was... Ach, man. Kamera wechseln. Cool. Na gut. Ich weiß gar nicht so richtig, warum ich da jetzt hin soll. Was ist denn das für eine Mission? Wo haben wir denn hier noch eine Tarotkarte? Da. Und hier. Na gut, die Folge ist eh gleich vorbei. Ähm, ich fahre jetzt einfach mal los. Bis nach der Minute. Ich fahre noch ein bisschen sinnlos rum. Aber natürlich querfällt ein. Automatic love. Wie gesagt, ich... Ich hab keine Ahnung, was für eine Mission das eigentlich ist. Wie, wenn du mal länger... Blablabla. Den Rotz lädt sich mir gar nicht mehr durch. Nein, ich nehm's nicht an. Wie, eines meiner fehlenden Fahrzeuge könnte sich in ihrer Nähe befinden. Verstanden. Äh. Wo ist denn mein Motorrad? Hallo? Und wieso hab ich denn jetzt hier wieder eine Fehlfunktion? Oh. Die sind böse. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Äh, ich hab keine Ahnung, was mit dem Motorrad passiert ist. Es scheint einfach verschwunden zu sein, nachdem wir den Unfall gebaut haben. Und dementsprechend warte ich hier an der Bushaltestelle auf den nächsten Bus. Und hier können wir uns sogar noch ein bisschen wärmen an dieser ewig brennenden Tonne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da. Abonniert. Und aktiviert die Glocke, um keine Miete mehr zu haben. Ich werde mich jetzt ein bisschen ausruhen. Bleibt cool, meine Freunde. Bleibt cool. Achso, wir speichern vielleicht mal. Nicht, dass ich das noch vergesse. Jetzt aber. Bleibt cool. Bis zum nächsten Mal. Ja.